Wie ist das weitere Prozedere? Sollten Sie sich für den Eingriff interessieren, vereinbaren Sie ein persönliches Beratungsgespräch in meiner Praxis. Dort werde ich Sie eingehend untersuchen. Ich werde all Ihre Fragen beantworten. Sie können zu diesem Termin gleich einen Operationstermin festsetzen oder zu einem späteren Zeitpunkt telefonisch. Zur Operation sollten Sie am Vortag des Eingriffes zu uns kommen. Sie müssen dann zwei Nächte in der Klinik bleiben. Der Eingriff findet nicht in örtlicher Betäubung, sondern in Vollnarkose statt. Dauert ungefähr zweieinhalb bis drei Stunden, zwei Nächte nach dem Eingriff. Dürfen Sie dann nach Hause. Und nach sechs Wochen möchte ich Sie gerne noch einmal sehen zu einer Nachkontrolle.